Hallo ihr Lieben, heute hat mich das Paket von Waihao erreicht. Ich habe es richtig ausgesprochen. Und ich packe das jetzt mal auf. Ich habe es schon mal ausgeschnitten. Ich habe es sehr schön verpackt. Das hat auch lange gedauert. Ich habe es vorgestern bestellt und habe es heute bekommen. Das ist so ein Dreierarmbännchen und ein einzelnes Armband. Das sieht man auch. Das ist so ein kleines Band hier. So eine Lotusbild darstellen. Und das Dreierarmbännchen. Hier mit so einer Muschel. Und dann kann ich das hier ein bisschen. So, ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie das aufgeht. Also ihr könnt es hier so schön schon größer machen. Ich habe eine recht grobe Band. Die sind hier sehr fein verarbeitet. Wie ihr seht, sind sie relativ dünne Bänder. Aber dann füge ich ja schon richtig an. So, nochmal. So. 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 Ich finde die echt geil. Die sieht richtig gut aus. Und kann man auch vieles anziehen. Wenn die das so rum oder so rein die Muscheln tragen. Und das andere Band ist schwarz mit dem Silbernaum. Wenn wir das über den Lotusblüten. Jetzt schaue ich mal, ob ich das auch alleine wieder kleiner machen kann. Ah ja, genau. Ihr zieht das einfach wieder auf die andere Seite so rüber. Und dann wird das wieder kleiner. Ich verlinke euch natürlich noch einen Code. Dann könnt ihr 15% bei eurem Einkauf sparen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Also bis dann. Tschüss. Ja. Also bis dann. Also bis dann. Ja.